Hi, mein Name ist Michael Behrens. Ich bin Golflehrer der PGA of Germany im Golfclub Thüle und wir befinden uns momentan auf der wunderschönen Golfanlage im Golfclub Gutkaden. Aus dieser Position möchte ich die Fahne anspielen und wir haben eine Balllage, wo der Ball höher liegt als die Füße, eine Hanglage. Wenn der Ball höher liegt als eure Füße, solltet ihr den Ball auf jeden Fall rechts eurer Körpermitte positionieren. Der Schläger sollte etwas flacher am Hang entlang nach hinten geschwungen werden. Balllage rechts, Schwung etwas flacher. So spiele ich immer diese Hanglage, wenn der Ball höher liegt. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Viel Spaß dabei!